Und damit willkommen zurück. Es geht weiter. Wir müssen noch ganz viele Gegner besiegen, vernichten, zerstören, abmurksen. Genau das werden wir jetzt auch tun. Ausbilden überall. Kann ja nicht schaden. So. Überall ein paar Truppen hinstellen. So. Okay. Oh Gott. Ich musste niesen. Tja. Gut. Bogenschützen noch. Ich habe immer noch zu viel Geld übrig. Na ja. Ah nee. Ich kann ja noch was bauen. Genau. So zum Beispiel. Okay. Wir gehen da hin. Der geht dorthin. Der geht da lang. Die gehen... Ich sollte, glaube ich, nach oben rotieren. Ich glaube, das wäre mit das Beste. Und der Rest kann da lang. Ihr könnt dorthin. Ihr bleibt stehen. So. Ähm. Aha. Dann können zwei Einheiten dahin. Die sollen ausgerüstet werden. Obwohl das gar keinen Sinn. Obwohl... Ja. Ja. Ist egal. So. Zack. Ja. Dann halt da hin. So. Das bringt herzlich wenig. Wir machen es trotzdem mal. Okay. Weiter gehts. Wubbel. Okay. Ähm. Ich habe zu viele Armeen. Schaut mal. Das ist alles viel zu krass hier. Na gut. So. Das wird eingenommen. Das wird eingenommen. Aragorn muss noch moven. Gehen wir jetzt da rüber. Obwohl... Ich glaube, ich sollte mit Aragorn lieber so ne Schleife ziehen. Das könnte schwierig werden. Aber... Macht nichts. Na ist egal. Ja. Das wird ne coole Schlacht. Die wird schwer. Eigentlich wird sie kacke. Dann... Easy. 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 Speichern. Okay. Dann machen wir jetzt erst den Eomer. Dann den Boromir. Wird schon. Wenn ich die zerstöre, dann hat er gar keine Helden mehr. Das ist auch krass. Das ist die KI komplett am Popo. Tja. Aber ich muss auch sagen. Und das ist neidlos und ganz ehrlich. Das ist holy shit, man. Hier sind eine Menge Trolleys. Was soll das denn? Okay. Ja. Ähm. Dass ich echt auch Glück hatte. Mit der Art und Weise. What the frick? Ähm. Wie das ganze Projekt hier jetzt lief. Weil... Dass ich so viele Helden der KI wegnehmen konnte, ist halt richtiges Glück. Na, das ist schon echt verdammtes Glück. Also einmal bei den Totensymphen und dann... Wo war es noch? Irgendwo anders konnte ich nochmal fünf... Fünf Bataillone töten. Durch irgendeinen... Lucky... Keine Ahnung was. Das war schon extrem... Wow. Gut. Ja. Ihr sollt reiten. Die müssen laufen. Schaut mal die Arme. Äh. 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 Laufen. 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 Wartet auf uns. Ähh. 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 Was ist denn da? Nix... Doch ein Hexenkund.. Jetzt muss ich werfen! Tja tschüss. Na gut. So. Wo ist denn der? Da ist er. Da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. So. Der ist Tommel tot. Schafft's er den? Nein? Okay. Ja selbst wenn ich da jetzt was verlierst, ist das nicht so gut. Passt noch. So. Lol da lebt noch. Ah. 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 Free Win. Easy Game gewonnen. Piu 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 Piu. Jetzt muss ich werfen. Ah. Boom. Geworfen. Udo. Udo. Noch ein Free Win. Danke danke danke. Passt. Glaube ich. Sind es noch 7 Bataillone? Yes. Nice. speichern. dann das nächste spiel. free win. dann geht es weiter. da ist noch ein elrond. der wird jetzt auch sterben. das sind dann wieder drei bataillonsführer. also herrmeister, helden, die ich einfach töte. was sehr einfach ist. aber ja gar nicht viel machen. so machen wir das. gut. jetzt dürft ihr live zusehen, wie ich diese kleine cortisontablette zerbeiße. erst halbieren und dann vierteln. man kann das natürlich mit dem messer machen, aber ich sehe das nicht ein. wenn ich zähne habe, muss ich nicht extra in die küche rennen. so, der rest wird verpackt. und damit ist gut. so, was geht jetzt hier ab? wissen wir wieder nicht. sechs vermutlich. so. was? wo? wie? ja, ja. cool. tötet alle baumma ister. wow, das horn schallt aber sehr weit. boah, der ist gestorben. der auch. nachrücken. rückt nach zum sterben, leute. sehr gut. ja. und tut. gut. also voll ausgeristete stufe 5 einheiten sind schon nett. kann man sich geben. das gebäude hier, wer braucht einen baummaister. so. äh, aha. gut. aha, cool. das gebäude ist fertig. äh, ja. ne, das geht hier nicht. ich kann ja... ich kann da nicht bauen. ich kann da nicht bauen. so. bauen wir noch eine kaserne. und da bauen wir noch so ein schießdingens. da, 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 da. piu, piu, piu. sie one-shotten halt noch nicht mal die Bogenschützen hier, ne. das ist schon krass. also, Waldläufer sind gut, aber richtig krass gut. geht so. wo ist mein Katapult eigentlich? hallo, Katapult? wo ist mein Katapult? wo ist mein Katapult? ich glaube, mein Katapult wurde zerstört. oder ich hab's verloren. wo ist mein Katapult? hallo. wo ist mein Katapult? das muss kaputt sein. wo ist mein Katapult? ah. ich glaube, es ist wirklich zerstört worden. durch, keine ahnung was. hallo. ach, die kosten nichts. ja, aber ich darf sie trotzdem nicht behalten. ja, das Katapult ist weg. Sauerei. wow. hab ich irgendwo noch ein Katapult stehen? ja, gut, ok. aber das ist frech. ne, das ist frech. so, hier noch schnell rein. einfach den, den angriff, den heldenhaften, so hier im Sturmangriff. FÜR ROHAN! und dann... gutes commentary, ne? ja, hätte ich auch gesagt. stopp. stopp. erst so. 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 so jetzt haben wir hier breitet überrennt sie sturm angriff und los geht's wir müssen die wälder schützen töte das wird alles jetzt muss ich werfen aber die wirft gar nicht die feindliche predestung die feindliche predestung die sind nicht ausgerüstet hier ist ja einiges nicht ausgerüstet so wie es scheint gut die ziehen wir mal zurück die haben wir zerstört also ob die fähigkeit irgendetwas bringt weiß ich nicht ach die wird nur getan wenn die grohiere in der nähe finden naja also ich weiß ja nicht gut mehr free events dankeschön so was noch ah das ist da oben noch ja richtig das mache ich aber in der nächsten episode heute werden sie mal ein bisschen kürzer hey oh there thank you for watching if you'd like to support me simply hit the thumbs up button do you have any wishes feedback or suggestions put them into the comments below you may also subscribe if you're new to the channel i wish you a wonderful and stress-free day take care bye bye so 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 Untertitelung des ZDF, 2020